Ich hatte so viel Spaß mit Cameron. Die meisten Models sind so doof und eingebildet. Tja, Cameron ist anders als die meisten männlichen Models. Ganz anders. Keine Sorge, er wird gleich hier sein. Er muss nur noch sein Outfit etwas aufpeppen für das große Shooting. Jetzt, wo ich weiß, sie meint Muskeln und nicht Muscheln. Pumpe ich dich zu nem Muskelbrotz auf. Cool. Wie seh ich aus? Als hättest du ne Hüpfburg an. Übrigens, das hast du auch. Ich hab das aus ner Hüpfburg gemacht. Also, Darling, solange wir hier auf Cameron warten, erzähl ich dir mal von meiner neuen Strandkollektion, die Sommerkleider mit Spaß kombiniert. Heißt ihr dann Strand-Sommer-Kleider? Das wär lächerlich, ich nenn sie Spaßkleider. Entschuldigt die Verspätung. Ich hab noch trainiert. Solche Muskeln bekommt man ja nicht, indem man einen Ballonanzug unter seinen Klamotten aufpumpt. Okay, ich nehm jetzt meine Verbände runter. Ich möchte, dass du das Erste bist, was ich sehe. Wow. Du bist wirklich gut gebaut. Danke. Ups. Engel, du noch was. Engel, 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 du noch was. Mach schon. Schnell. Was ist denn gerade passiert? Oh, nichts, Darling. Wahrscheinlich siehst du noch etwas verschwommen. Ja, wenn du mich ansiehst, komm ich dir sicher wie eine Zwölfjährige vor und nicht wie eine 40-jährige Fashion Queen. Richtig. Der Arzt sagte, es könnte eine halbe Stunde dauern, bis sich mein Sehvermögen normalisiert. Oh, es sind ja gerade erst mal... Da. Da. Und das ist ja gerade.